die machen wir noch mal die 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 selbst da die halben er hat drei runden in einer reihe aber clean ne ja kannst du auch aus koppel so dinger machen ne aber dann macht jetzt irgendwie wieder keinen Sinn ach scheiße was denn obwohl doch geht wohl na muss jetzt so gehen so also wer ist denn hier durch diese höhle gegangen die ist noch komplett voll schick mal mit der minecart noch mal hoch mit einer mine finde ich blöd tja wir müssen den tunnel mal einen größer bauen man stößt sich jedes mal den kopf wenn man da runterlatscht ja dann bauen den größer das alter werden diese alter ja dieser da wo die schluft ist und so hier ist noch überall voll viel Zeug das bitte die ganze zeit kobe und so hässliche skelette auf die fresse ich verprögele gerade das knochenmänner ach so skelette doch jetzt war ich auch dämlich jetzt hab ich das minecart hochgeschickt ich hab mich eigentlich auch reinsetzen können fuck besser was dir oh da bleibt stehen das ist ja auch wieder kacke ja Mist ja gut da muss man jetzt halt erstmal aufpassen damit man da dinge nicht in die falsche richtung ja ich bin gleich level 30 ist gut ach so so und so dann mache ich den selben spaß jetzt unten nochmal und dann sollte das funktionieren ja wenn ich den knopf an der richtigen seite angebracht hätte ja du bist auch ein bobby ja stimmt so das war die bäuer und meine chest und das war ein bisschen früh so dort da rein ich habe auch noch übrigens downslaps per die ja ja 20 stück alter da ja da mit aufschlag wirklich aus Versehen gewahrt in den links neidart warte 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 ich habe ein paar mal 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 mit der ruhe chill mal tu doch mal hin jetzt chill mal deine basis bruder so hier bitteschön so jetzt kannst du dich reinsetzen nein das war aber allerhöchste eisenbahn jetzt ja das war ja das war ich ich muss Versehen natürlich auch das Minecraft direkt auf die knopfe nein wieso fahr ich denn im kreis scheiße fährt man im kreis wenn man da drin sitzt scheiße fährt man im kreis wenn man da drin sitzt das war nicht der plan eigentlich ja wir fährt auch mal so komplett im kreis warte ich mach ich mach hier unten mal ne bremse rein so fahr nochmal ne runde nein man jetzt bin ich gerade oben fahr mal bitte ich will wissen ob das jetzt funktioniert jetzt bin ich gerade oben ja gut dann bleib erstmal da sag an wenn du wieder runter kommst ja oh oh ja das ist ja scheiße weil fliegt ja fein eigentlich na egal was ist denn scheiße ach hier mit den hier ist ja direkt bedrock drunter ich kann hier gar nicht die die verkabelung vernünftig machen hm du assi was denn ich war das gar nicht es war ein skelett hinter dir was veranstaltest du eigentlich da nur scheiße ist der am machen nur scheiße ach shit siehste nein was machst du denn man ich fand's lustig na bisher glaub ich der einzige hättest du das gesehen hättest du auch lustig gefunden ja wahrscheinlich ich hm 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 das das will Ja, meinst du hat reich, Daniel? Wat? Warte, ich komm mal hoch. Ja, ich bin dabei. Jetzt hab ich nur dummerweise das Minecraft hochgeschickt. Ja, Junge, Alter. Ne, du hattest ja das Minecraft. Ja, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Äh, von der Höhe her... Warte mal. Wenn man dann... Truhen... 1, 2, 3... Ja, das reicht... Das reicht... 4, 4 Truhen. Ich wollte halt eigentlich noch höher machen. Ich hatte halt also... Die ganze... Also erst dann noch 2 höher hatte ich dann. Ja, kannst du machen, aber... Dann kommt man nicht mehr an die oberen... Dann kommt man an die oberen Truhen nicht mehr dran. Ist ja scheiße. Ja. Das soll ja nicht. Geh mal die Stonestes, bitte. Ja. Ja. Mal 32 Stück hatte ich sogar noch. Lass mal eben pennen. Oh. 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 Ich muss jetzt nicht mehr aufreden, die Fischer. Was? Neeee. 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 Geh pippen. Ja ich komm. Komm ab ins Bett jetzt. Aber ganz zackig. Mein Freund. Du sollst ihn in dein Bett legen. Ah ja ok. Nicht mit deinem Gesellschaft stücken. Ok. Ok. Was jetzt? Oh krill los krill. Sollen wir mal gleich. Ich glaube ich baue gleich mal den Turm weiter. Lol. Ich stehe in der chest. Was? Ich stand gerade in der Truhe drin. Ach so ein Noob, stellt sich in Truhen. Sehr merkwürdig, jetzt kann ich nichts mehr benutzen. Bisschen Bobby. Oh. Oh. Ich bin verbuggt. Kurze Aufnahmepause, eben das Spiel neu starten. So wieder da. Alles klar. Dann weiter. Ich kann immer nichts benutzen. Ah jetzt. Hm. Ich dachte schon, das geht hier los. Geht los da rein. Das frage ich mich auch manchmal. Was geht eigentlich los da rein? Aber ich kann mein geniales Mindcard System mal testen. Genial. Das ist mega pornös. Gar nicht mal so pornös. Ach komm, halt die Fresse jetzt. Und wie Sie sehen, funktioniert es nicht. Wie viele Bücherregale braucht man 15, ne? Ja. Ach schwul, das Kart bleibt natürlich auch da kleben. Wie viele hast du schon gemacht? Gar keine, gar keine. Wie gar keine? Ich hab noch keine gemacht. Du hast da schon welche gemacht? Nein. Ich hab Schilf geerntet. So. Ah ja, stimmt. Also mein Mindcard System ist bis jetzt nicht so wirklich für den Personenverkehr geeignet. Ist schlecht. Ja. 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 Die, ähm. So. Chest Mindcards oder leere Mindcards verhalten sich immer ein bisschen anders als. Leute mit Mannequins drin. Also welche mit Mannequins drin. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ähm. Ja. Ähm. Ja. Ich hätte eigentlich was runter kommen müssen. Ja. Ja. Was mach ich denn hier für'n Kack? Für'n Kack? Ich mach nur Wurzeln hier. Aber. Ja normal. Hier mach. So. So. Ich sollte mir mal so'n Reserve-Mindcard in ne Tasche stecken, dass ich wenigstens immer hoch und runter fahren kann. manchmal so meine Katte in ne Tasche stecken. Ja man ist echt zu schnell mit dem Ding. Jaa. Also ich hab jetzt 10 Bücherregale 15 braucht man, ne? LOL LOL Ich hab mein Card runtergeschickt Das hat ein Skelett aufgesammelt Und ist mit dem Skelett wieder hochgefahren Das Skelett ballert mich einmal an Und fährt wieder runter Jetzt fährt hier so ein Skelett im Kreis Warte mal, ich wills sehen, mach mal nicht tot Ja, jetzt ist es unten irgendwo hängen geblieben Hier, fahr runter Will ich nicht Hier ist ein Minecraft Du bist so ein Lappen, ne? Knappt ja gut Du musst da vorher reinsteigen Jetzt darfst du laufen Das war nicht, ich wollt gar nicht runter Ich dachte, du wolltest dir das Skelett angucken Nein, ich hab dich nur ärgert Ey, meinst du, ich krieg so ein scheiß Ding ins Alter Ey, wat, wat für ein Ding ist Ready? Ähm, wer ist denn hier? Mammut, äh Mammutbaum? Ah, jetzt Haben wir noch Knochenmehl? Äh, ja, wir haben noch Knochen in der Truhe Ich kann mal wieder Ding ins hier Bisschen du Holz Hm? Oben Was? Oben Ja, wo oben? Oben, sag ich Ja, wo oben? Ich bin auch oben Ja Ja Ah, da Ah, warum leckt er das Spiel bei mir? Lol Wo denn? Steht da plötzlich so ein Baum Wow, what the hell? Warum legt er gerade? Ach, ich glaub der Baum hat ein bisschen das Spiel zum Leggen gebracht gerade Und das Spielt